ja nett ist das hat nun nicht jetzt ist der leonel auch krank aus baby die mir der mir geht es wieder besser der marvin der hat ja kaum was gehabt ja im september gibt es wieder nach malen ja ja also dennis dennis michael thomas auf jeden fall ich glaube wenn ich ein bisschen das geld beiseite legen kann dann nicht auch also ganz ehrlich im september je nachdem wann er fliegt bin ich mir das war auch dabei ja ich würde kommen kriegen wenn ich das wird von bennens vorstreckt weil das ist nämlich so dass das wo wir fliegen wollen du fliegst nirgendwo hin junge du kommst ihm wieder aus der gebrauchte mir einmal ich wollte hat schon weißt du warst bisher auch bei meinem geburtstag oder weil ich wollte das ist auch so was also ja ja wie gesagt aber da bringt nichts ich werde da wochen dann die stadt hier aber gibt nichts irgendwie im gar zu feiern wenn die alle angeschlagen sind und noch krank sind weise dann nach wochen bin ich heraus das ist mein problem es sei du machst das sonntags eventuell sonntag abend ob man auch den sonntags abends alter ja sonntag nachmittag arbeitslösser war zum monat zum job gehen dann wieder sonntags kommt ja ja ich muss mal gucken ich würde es ich denke aber ich bin jetzt nicht so dass ich machen weil es wirklich für die alle kranken sind so ein ja ich kann man das ist dank was mein geburtstag ist ja auch das wasser gefallen war da war ja noch mittendrin in corona meiner hache jeder abgesehen hat macht ja nichts raus was meine hache jeder abgesehen hat macht ja das ist scheiße für uns alle wir uns alle begraben aber du gehst in der reichert ja 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 auch freundlich den spruchten ich habe das sagt mal sogar als zeiter die üblichen verdächtigen maria bestimmt marina nicht marina 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 ja erheblichen scheiße so heißt ja mehr uhr hat mann alle können sie vier minuten habe ich noch eine mut heimarkt es wird in den zahlen machen dann hat sie dann kurz erheb ich soll mir kurz bis gleich alle zerträume aus ich will nicht jack simon könne dieses so was man finde ich selber stehe ich einmal selber und wenn das ding 100 euro kostet wird ich will es mir holen ich hatte ganz damit spaß dann würde ich zum netto gehen da bin ich wieder 30 grad sonnig gehe ich raus bis auf bist du warum ich ja lexat einmal geschätzt damit dass mir nicht mal wie bei kate passiert dass die pizza rauszuhalten naja wer bei fifa spielen einstieg dem platz ist boah leck mir im arsch gestehen stehe ich stehe ich von elf meter punkt ist jetzt muss ich mache die augen auf die ball torwart so elf meter schießt noch mal selbst passiert dass ich beim pieperein kann aber wo ist ja eigentlich ich will mir nach dem kassieren wenn wir mal spielen das ist also große töne gesprungen der sport ja jetzt schon große töne er will nur man auch fahren da kommt er hat er besser ist an der möglichen schwarzen ziehen da kommt nämlich die sprüche der anna sonst raushaut nein der hat ja drei pokolle aufgeholt und ich hatte die ganze zeit ja mal wird wir können ja auch mal so eine turnierende der drei machen so steht hier die einmal den jeden das wäre ja ich würde gerne aber gegen kämpft spielen cap ach nee das dauert noch ein bisschen oder ich habe ich euch beide überleihende was war euch beide das habe ich schon ganz anstand ich habe ich und das habe ich mir gestern auch noch gedacht weil ein ultimate geht das ja ich wollte ich eh was fragen okay ja ob ich das schon gemacht habe weiß ich nicht aber wenn dieses vollgeizt zum angebot das kannst du mir das runterladen weil ich das vergesse wie soll ich mit dir das runterladen ja neben du auf meinem profil gehst und das bei ich kann es nun der bibliothek war nicht auf der konsol ja ja das ist ja dasselbe da musst du dir runterladen aber muss das in meinem fall nicht das machen ich kann es auch machen ich habe das wird kostenlos drin gehen das ist mit dem angebot oder so nicht deswegen das ist free to play dann du brauchst noch kein platz plus also noch kein platz plus ich scher das ganze wird das doch wieso ich habe genug bezahlt junge glück bezahlt junge aber ganz ehrlich dann hier eine frage dafür darf ich dich stellen dürfte ich diese über mannschaft nehmen und dann würde ich mal antreten es wäre aber von der mannschaft zu nehmen okay dann was spielen komme ich versuche das ja moment muss und muss so 5 0 war nicht mach ich mich in die spiel also weiß ich möchte ich meine ja ich kann nicht mit diesen komischen ikon oder was war mich mal gespannt er ist nicht ein ziel kommt die mich auch ich habe ihn gut und ich brauche ich muss mit ihm ausgehen die pakete habe ich 59 stück soll ich weiter mit aufmachen ich spiele ein besseres spiel schnell ich habe ich habe keine sorge ich habe keine sorge so tony stark hat das ist mal ich hinger wir konnten komische flügel an die sorge sind zu liegen so oft habt ihr gespielt wo war das dann noch mal an der rest der welt das ist ich bin sehr bemerkbar ich bin sehr bemerkbar du hast nicht gesagt dass ich ihn nicht nehmen darf nein keine sorge wie immer nur seine vorteile sind will haben ja 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 ach aber sagt er darf das dann mit mir anscheinend besser gestorben was ist das ja bei der manche also über halblich dann wird das passt wenn ich werde wo ich bin der wir weit war mit dem Minigolf mit meiner Freundin ne dass er nach wie verfahren dass der ein bisschen übertrieben mit den sprüchen deswegen dachte ich so dann dann tate ich immer eine lektion ja das habe ich dann gemacht mal die auf einmal so schichtig bewährt ok das wäre dann die vierte klage ne auffall oder was ja wenn es die letzte runde ist 3 haben wir schon geholt glaube ich ne doch dort und ist runter auf 79 77 81 was ja mal 79 hasard 81 boah ok haaland hat 88 holz gemacht 4 8 ich bin das können wir schon gleichzeitig darauf 1 das geht dann hier ab bei mich ist gerade drauf wer habe ich verbunden der körper wieder kommen mein gott aber ich bin doch noch da ja muss jetzt nicht so mit heißen das habe ich manchmal auch alter leck mich am Arsch der Gegner hat das Spiel unterbrochen das hat hat er von einer gefallenen ganz große Klin bleibt schön hier warte mal so viel zu machen so viel zu machen das ist sehr wahr so ich bin mir zu meiner Platte nicht da ich bin mir zu Hause 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 wer weiß hier verwirrt auch man kann der auch bedrohung nachfallen oh leverpool okay wenn ich schaffe klipp ist jetzt wäre es mal nur auf youtube scheiße wenn man es guckt wenn man es guckt da es gewonnen haben weil es drin ist ey ich habe noch nichts Vielen Dank.